Guten Morgen meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Herzlich willkommen zum Forex am Morgen, Ihrem persönlichen Markt aus und Rückblick. Mein Name ist Dennis Gürtler, heute ist Mittwoch, der 6.05.2015, 9.25 Uhr, ganz genau. Der DAX startet nahezu unverändert bei 11.370 Punkten, ganz ganz leichtes Plus von 0,04%. S&P und Dow Jones haben hier sich kaum bewegt. Wir hatten ja gestern durchaus einen durchaus dynamischen Abverkauf. Alles in allem muss man sagen, der DAX stagniert momentan. Vor allem die Nachrichten heute Nacht, auf die will ich eingehen. Da gab es heute die Arbeitslosenquote in Neuseeland. Erwartet wurden 5,5%. Es wurden 5,8%. Der neuseeländische Dollar schoss nach unten. 100 Pips ausgehend von 0,7560 ging es hier nach unten auf 0,5460. Das hat sich sehr, sehr positiv auf unseren British Fund NZD ausgewirkt, denn der ist hier nach oben durchexplodiert und hat knapp 300 Pips gemacht. Es sah ja zu dem Zeitpunkt nicht mehr so wirklich prickelnd aus, das muss man ganz klar sagen. Wir hatten ja hier eine Long-Position vorgeschlagen, Stop-Loss unter diesem Tief. Das heißt, wir hatten hier so knapp 80 Pips riskiert. Und ja, durch die Nachrichten muss man ganz klar sagen, hat sich das Ding nach oben katapultiert. Aber Stück für Stück und der Reihe nach. Also fangen wir erstmal an mit dem US-Dollar Schweizer Franken. Wir hatten zwei Short-Vorschläge. Einmal die obere Position relativ klar und einmal im Bereich der 0,72,77. Die Short-Position wurde hier getriggert. Stop-Loss könnte man relativ eng setzen oder je nachdem, wann man dann reingegangen ist. Hier über die Trendlinie. Weitere Shorts sollten hier folgen. Gibt es nichts, kein weiteres Update. US-Dollar Schweizer Franken hier untergeordnet, weiterhin Short. Und ja, sollte weiter fallen. Euro-US-Dollar. Ja, wir hatten hier zwei Long-Positionen vorgeschlagen. Eine hier unten, eine hier im Bereich der 1,50,50. Er drehte dann bei 1,60,60. Bei 1,10,60, Entschuldigung. Naja, und bei 1,10,60 konnte er sich hier sehr, sehr schön nach oben entwickeln. Insgesamt 170 Pips ging es nach oben. Jetzt testen wir gerade die wichtige Wochen EMA20 an. Und das ist jetzt hier der nächste Widerstand. Sollte also der Euro konsolidieren an diesem Widerstand, wäre die nächste Long-Option für uns die 1,10,60. 1,10,60, enger Stopp, 1,10,30. Ja, das wäre hier die Variante. Alternativ wäre der Ausbruch über 1,13 zu handeln auf untergeordneter Basis. Damit meine ich M5, M15. Eng gestoppt nach Trendwende. Der US-Dollar ist weiterhin schwach, gefällt mir hier sehr, sehr gut, wenn er durchbrechen sollte oder eben in der Konsolidierung. Die Euro-Britisch-Fund-Position zeigt sich sehr, sehr positiv. Wir haben hier die Long-Position vorgeschlagen bei 0,73,20. Konnte dann hier nach oben hin durchbrechen. Der Stopp wurde nachgezogen auf dieses letzte Tief, auf 0,73,60. Damit wurde das Risiko, das ursprüngliche Risiko, das befand sich ja hier unten, von 30 Pips, von minus 30 Pips auf plus 38 gesichert. Der Take Profit befindet sich im Bereich der 0,74,11. Sollte also hier der Euro-Britisch-Fund noch gegen Norden ansteigen können, dann hätten wir hier mit dem Trade dann insgesamt fast 90 Pips abschließen können. Zumindest sind 38 Pips gebunkert, egal was jetzt passiert. Und ja, jetzt gucken wir mal, ob der Markt noch weiter liefern kann. Wir haben hier die bullische Konsolidierung nach oben hin ausgehebelt. Gefällt mir soweit ganz gut. Und ich meine, ist nicht so volatil wie der British Fund NZD, aber da gab es auch Arbeitsmarktzahlen. Und ich denke, 90 Pips sind durchaus vertretbar. Im British Fund NZD, um den nochmal anzusprechen, da würde ich langsam auch die Gewinne hier mitnehmen. Weil wir sind kurz vor der wichtigen Monats EMA 50. Das bedeutet, alle diejenigen, die jetzt hier so knappe 80 Pips riskiert haben und gehalten haben, die sind jetzt so immer noch 230 im Gewinn. Alles in allem muss man sagen, so langsam, langsam hier würde ich rausgehen. Denn wir haben untergeordnet eine Trendwende, haben dieses letzte Tief geholt. Und da bin ich jetzt momentan vorsichtig. Also raus aus der Position, zumindest eng abstoppen. Ich meine, wenn er die Monats EMA 50 nach oben hin triggert, hier mit einem Ausbruchsetup über 203,82, dann wäre ich immer noch bereit, das Ding erneut nochmal untergeordnet long zu nehmen. Aber das muss er halt auch erstmal liefern und bis dahin gibt es bessere Setups. Zum Beispiel der Kanadisch-Dollar-Japanisch-Yen. Hier haben wir das Ausbruchsetup gestern im Fokus gehabt. Dann muss man ganz klar sagen, die Fibonacci-Extension hier oben bei 161,8% führte zu einem Pullback von insgesamt 73 Pips. Dann testete er hier ein Tief, gestern Nacht noch, wann war das? 1 Uhr nachts war das Tief, so grob, bei 99,23. Und das stellte auch gleichzeitig hier dann die Bodenbildung dar. Wir konnten uns dann im Laufe der Nacht, im Laufe des frühen Morgens nochmal hier dann positiv entwickeln. 42 Pips, der Pullback ist also so aktiv und wir sollten im heutigen Tagesverlauf eigentlich nicht mehr unter das Tief von 99,17 fallen. Wenn er jetzt also noch ein wenig ansteigen könnte auf die 99,92, dann wäre hier oben der Take Profit. Das heißt, der Einstieg hier bei 99,30, Stop Loss ganz, ganz eng, 99,17. Man kann theoretisch noch etwas weiter stoppen bei 98,93, das ist die etwas weitere Variante von 40 Pips, beißt sich dann mit dem Chance-Risiko-Verhältnis. Weil letztendlich, wenn er jetzt hier nochmal ansteigen sollte, hat er hier so um die 50 Pips. Und daher ist mir ein enger Stop lieber, weil es einfach positiv sich auswirkt auf das Chance-Risiko-Verhältnis. Summa summarum, Pullback läuft und ja, jetzt heißt es abwarten. Ich habe hier einen engen Stop Loss gesetzt, 99,17 und Take Profit in dem Fall 99,91. Dann noch einige Worte, Australisch-Dollar, NZD, wo haben wir den? Genau, der profitierte natürlich auch von den schlechten Arbeitsmarktzahlen aus Neuseeland. Schoss hier durch die 1,05,17 durch. Und falls er jetzt nochmal konsolidieren sollte, wäre ich nochmal bereit, ihn hier zu kaufen. Im Bereich der 1,05,20. Stop Loss in diesem Fall unter diesen letzten Tiefs hier. Das heißt, und Take Profit dann hier in diesem Bereich. Das heißt, wir würden dann so um die, naja, ehrlich rechnen, 50 Pips, ja. Um die 50 Pips riskieren und hätten hier knappe 120. Das ist mehr als 2 zu 1, das ist akzeptabel. Das ist akzeptabel. Aber er muss halt korrigieren, um es zu kriegen. Weil sonst gehe ich da vorher nicht rein. Kann man, kann man soweit lassen. Aber ich denke, das ist ein qualitatives Setup, das vertretbar ist. Einige Worte noch zum DAX. Ja, DAX unter Druck hat hier momentan einen leichten Support gefunden. Bei 1,000 wäre schön. Bei 11,281 Punkten. Die einzige Möglichkeit, die ich heute eventuell wahrnehmen würde, ist der kurzfristige Long-Sculpt bei 11,180 Punkten. 20,30 Pips Stop Loss. Und dann Abpraller von 30 bis 50 Punkten mitnehmen. Das wäre eine kurzfristige Scalping-Möglichkeit. Aber da gefällt mir beispielsweise Australisch-Dollar-NZD oder Kanadisch-Dollar-Japanisch-Yen besser. Aber es wäre eine Möglichkeit zu agieren. Weil Dow Jones hat sich kaum bewegt. Da sehe ich jetzt auch keine Möglichkeit, auch jetzt Long-Positionen aufzubauen. Da würde ich es bei diesen drei vorgeschlagenen Szenarien belassen. Was erwartet uns heute noch an Wirtschaftsnachrichten? Da ist maßgeblich die Nachmittagszeit zu nennen. 14,15. ADP-Zahlen. 14,30. US-Produktivität außerhalb der Landwirtschaft für das erste Quartal. Lohnstückkosten für das erste Quartal. Und dann um 15,15 Uhr natürlich die Rede von FED-Chefin Janet Yellen. Das bedeutet 14,15 bis 15,15 kann hier erhöhte Volatilität im Markt auftreten. Ich meine, die kann immer auftreten, aber da ist sie besonders wahrscheinlich zu erwarten. Ich wünsche Ihnen heute viel Erfolg. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Good trades. Und wenn Sie mögen, bis bald. Auf Wiedersehen.